Prozent als Wicht erzielt so lange wird er uns drin eine Runde VR-Chat wieder mal ja ich hab ja dings besittet die brille gegen dings gezimmert auch so Twitch, Tiktok, live... Ja. Okay, das steht... Nix. Okay. Ich weiß nicht, ob man die hört... I don't know. Wenn nicht, dann... ...muss ihr die Bälle wieder resetten, weil... ...genzeit hat man Leute gehört... ...und heute nicht, weil Leute scheiß... ...das fährt alle irgendwie kaputt. Oder muss die Webseite gefixt werden... ...ja... ...wann wird die Webseite gefixt... ...bekomme ich halt wieder... ...ne Dings... ...Benachrichtigung... ...weil... ...jetzt mal, wenn man... ...bubt... ...bekommt man die Benachrichtigung... ...auf der Webseite. Yay! Juck, bin ja null... ...nachrichtet mich ja nicht, aber egal. Ja, jetzt drehen wir auch auf Tiktok genauso wie... ...Python... ...Python... ...jau... 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 ...jaube einfach... ...jaube mal... ...wenn man... ...einfach random Tiktok Studio herunterlädt... ...und dann... ...24 Stunden wartet... ...bub... ...kan man livestream... Ja. Auch als kleine Kräuter kann man da...